Hallo Leute, wir stehen hier in meiner dritten Werkstatt und für dieses Video habe ich mir mal überlegt, dass wir mal in jede Werkstatt aus den vergangenen Jahren blicken und aus jeder Werkstatt die zwei besten Upgrades, die sich so ergeben haben mit der Zeit, zusammenfassen. Das bedeutet einmal den Gartenschuppen bei meinen Eltern, die Werkstatt, in der ich vor dieser Werkstatt hier war und die zwei besten Upgrades aus dieser Werkstatt. Und mit dem ersten Upgrade aus dieser Werkstatt werden wir in diesem Projekt auch anfangen. Da geht es nämlich heute um das Thema Solar. Ich habe hier viele Maschinen, das Büro ist hier, ich habe eine Küche, das verbraucht alles viel mehr Strom als in der alten Werkstatt. Deswegen möchte ich mit dem heutigen Projekt meine Stromkosten senken und da werde ich euch gemeinsam mitnehmen. Und was brauchen wir dafür natürlich als erstes? Kein Holz, in dem Fall brauchen wir Metall. Für das heutige Projekt habe ich mir 60 Meter Rechteckrohr bestellt mit den Maßen 60 x 30 mit einer Wandstärke mit 2 mm. Das reicht auch durchaus aus, das ist ein sehr, sehr stabiles Profil. Falls ihr euch fragt, warum hast du so viel Material bestellt, bleibt am Video dran, das wird eine recht große Anlage, die wir heute installieren werden und die wird auch echt ein absoluter Hingucker. Es ist ein wahrer Genuss, wenn man 6 Meter Stäbe vor der Halle ohne Probleme abladen kann, denn so konnte ich einfach das Rolltor öffnen und konnte die kompletten Stäbe zu meiner eisernen Kalkkreissäge nehmen. Und für euch ein kleiner Funfact, ich kann hier ohne Probleme 6 Meter Stäbe zuschneiden, denn ich habe noch ein zweites Rolltor. Falls sie also zu lang sind, kann ich sie nach links einfach rausschieben und das bedeutet, ich muss diese 6 Meter Stäbe nicht vorformatieren. Den Rahmen habe ich einmal fix durchgeschweißt, das ist das erste Teil von dem ersten Element und da ist mir aufgefallen, dass ich es leider ein gutes Stück zu klein geschweißt habe, was ihr hier seht. Was? Voll verkackt! Auf dem Grund habe ich die ganzen ersten Schritte mit dem richtigen Maß wiederholt und habe das erste Modul für die erste Solarplatte nochmal neu geschweißt. Aber als erstes war es mir wichtig, weil das Ganze natürlich auch von Kursteilnehmern benutzt wird, das wird ein Außenprojekt natürlich, dass das Ganze sehr, sehr stabil wird. Deswegen habe ich mir überlegt, komm, ich muss irgendwie eine schicke Form zusammenschweißen, damit es halt auch eben schick aussieht und uns halt eben hier dieser Videowerkstatt gerecht wird. Deswegen habe ich hier so ein paar Winkel einfach zusammengehalten, habe ausprobiert, okay, was sieht gut aus, ein jeweils 22,5 Grad Winkel, dass man dann 45 Grad runter geht. Hat nämlich richtig gut ausgesehen und das seht ihr, was ich hier im Prinzip gemacht habe. Profile zugeschnitten, die Winkel ausprobiert, was halt eben gut aussieht und danach habe ich es wieder miteinander verschweißt. Im Prinzip habe ich sowas wie einen Trichter gebaut, also es sieht aus wie ein Trichter, es hat natürlich auch eine tragende Funktion. Und oben drüber haben wir eine 30-Grad-Gärung, damit dort halt eben das erste Solar-Pendel draufkommen kann. Nachdem das erste Modul fertig gebaut war, haben wir es einmal aufgestellt und haben es dann noch direkt draußen an der Wand befestigt, um einfach die Stockschrauben in der Wand befestigen zu können. Da wird wir später nochmal die Bohrposition haben, denn mit diesen Stockschrauben ist es ein bisschen einfacher, dann einfach eine Mutter aufzuschrauben, wenn man es dann später montieren möchte. Denn das Teil wurde schon recht groß und sperrig und obwohl ich einen Stapler habe, war es trotzdem ein bisschen fummelig, das Ganze zu montieren. Aber dafür sieht es jetzt schon, wie ich finde, richtig cool aus. Das zweite Modul werden wir gleich bauen, das wird echt richtig groß und seid gespannt, wenn wir das montieren. Das wird richtig spannend, da haben wir das mit vier Leuten montiert. Aber ich habe auch am Anfang vom Video gesagt, ich werde euch die jeweiligen zwei Highlights aus meinen vergangenen Werkstätten nennen. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit der ersten Werkstatt irgendwie so um 2013 an. Und da war natürlich das erste Highlight die Werkstatt selbst. Das war meine eigene kleine aber feine Werkstatt, in der ich machen konnte, was ich möchte. Mein Vater, da müsst ihr die Hintergrundgeschichte wissen, wir hatten Nachtbahnen. Und die waren ein bisschen komisch, ihr könnt es euch so vorstellen, wenn der alle paar Wochen seinen Rasen gemäht hat, dann sind immer die Bierkronenkorken unter dem Schuppen, den es damals noch nicht gab, die sind da durchgeflogen. Und mein Vater hat deswegen da einen Zaun hingemacht, der dann irgendwann mit einem Dach und mit einer Bretterfassade verkleidet wurde. Und so ist meine damalige Werkstatt auch eigentlich entstanden. Das Baumhaus hatte die ganze Zeit schon gestanden, nur die Bretterwände, die sind nach und nach reingekommen. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da teilweise an der Werkbank gestanden habe, wo das halbe Gebäude, das waren ein paar Quadratwinder natürlich, nur der halbe Schuppen noch gar nicht verkleidet war. Das heißt, ich konnte rausschauen und da hat es teilweise in die Werkstatt reingeregnet. Und ich habe aber in dem fast fertigen Teil schon gestanden und habe an der Dekopiersäge, an der Bandsäge so meine Teile zugeschnitten. Und deswegen ist das so das erste Highlight, die Werkstatt an und für sich, meine allererste Werkstatt. Ich habe natürlich zwei Highlights gesagt und das war, als wir dieses Gebäude so ein bisschen erweitert haben. Das heißt, der Schuppen hat einen kleinen Anbau bekommen, wo ich da meine Absaugeranlage reinstellen konnte. Denn die hat vorher sehr viel Platz verschlungen in der doch recht kleinen Werkstatt und die konnte ich deswegen in den Nebenschuppen stellen und hatte viel, viel mehr Platz gewonnen. Ich hatte eine weniger oder eine geringere Lärmbelastung und ich konnte ganz, ganz gediegen meine Absaugrohre verlegen und das war echt toll. Ich hatte zwar nicht so viel Platz, das Problem kennen natürlich viele, das ist immer das niemals aufhörende Problem, man hat nie genug Platz. Aber durch diese beiden Upgrades konnte ich da so mein eigenes Paradies, wo ich drechseln und basteln konnte, konnte ich da halt eben starten. Da war ich einige Jahre drin und dann kommen wir auch zur zweiten Werkstatt und eine Sache, die in der ersten Werkstatt ja immer katastrophal war, gerade als wir zum Beispiel einen Lindenbaum vom Förster bekommen haben, da musste ich diesen kompletten Stamm, das war ein kompletter Anhänger voll, ein ganzer Baum, den wir aus dem Wald genommen haben, den habe ich durch das Haus tragen müssen. Wir hatten eine Garage, da war ein Anbau und da musste ich alles durchtragen. Und natürlich muss man da aufpassen, da ist eine Fußbodenheizung, das sind schöne Fenster, die will man nicht kaputt machen. Und das ist so das persönliche Highlight in der zweiten Werkstatt gewesen, meiner ersten richtigen Werkstatt in meiner Selbstständigkeit. Und zwar war das einfach die Ebenerdigkeit. Ihr seht hier einen Ausschnitt, da konnten wir den Boden entfernen, da war so ein Estrich auf dem Boden, da konnten wir den Anhänger in das Gebäude reinschieben und ich musste nicht alles in die Hände nehmen. Und als dann der Palettenwagen dazugekommen ist, konnte man auch schwere Dinge einfach rein und rausschieben. Und ihr wisst jetzt, was kommt, denn da hat sie mich angefangen, meine Leidenschaft zu grünen alten Maschinen. Denn genau durch dieses Feature konnte ich endlich all das, was ich mir angeschaut habe die Jahre zuvor, errauben, erkaufen, von Kleinanzeigen und konnte die ganzen Maschinen in meine Werkstatt reinfahren. Das heißt, das ist ein Riesenvorteil gewesen. Ich konnte ebenerdig das Ganze befahren und der nächste Vorteil war dann, dass ich dann richtig anfangen konnte, mir diesen ganzen Maschinenpark anzusammeln. Und das sind die zwei Highlights, die auch bis dato geblieben sind, der Maschinenpark und die Ebenerdigkeit. Und das will ich nicht mehr missen. Das war wirklich grandios. Schreibt es mal gerne mal in die Kommentare, welche Highlights bei euch so die letzten Jahre entstanden sind, was ihr nicht mehr missen möchtet. Die Verbesserung aus dem heutigen Video ist offensichtlich ein Balkonkraftwerk. Und damit ihr wisst, was ich hier benutze, in welcher Konstellation ich das Ganze benutze, werde ich euch einfach ein paar Zahlen, Daten und Fakten geben, damit ihr einfach Bescheid wisst, was die Anlage halt eben kann. Ich benutze heute das Anker Solix. Die haben auch kleinere. Ich habe jetzt das Größte. Und da haben wir insgesamt vier Solarpaneele und wir haben zwei Speicher. Die Solarpaneele haben jeweils 540 Watt mal vier, weil wir vier Panels haben. Sitzen sechs. Falsche Information von mir an euch. Die einzelne Platte hat nicht 540 Watt, sondern 445 Watt. Sorry für den kleinen Fehler. Und der Speicher hat jeweils 1600 Wattstunden. Das bedeutet, wir können mit über 2000 Watt das Ganze laden und haben 3200 Wattstunden, um das Ganze zu speichern. Das ist das Schöne an dem Speicher. Man kann den Strom benutzen, auch wenn die Sonne mal nicht scheint oder wenn man sie halt eben ein bisschen später abends braucht. Die Akkus können bis zu 6000 Mal geladen werden. Die Panels sind IP68 geschützt und das Ganze kann man innerhalb von zwei Stunden montieren. Das hat offensichtlich bei mir nicht ganz hingehauen, weil ich ein viel größeres Setup aufgebaut habe mit einer entsprechenden Unterkonstruktion. Aber als ich das Ganze verkabelt habe, ist mir auch aufgefallen, wenn die Module einmal hängen. Das ist wohl der größte Kampf, wenn man das Ganze montiert. Da muss man einfach nur noch die fertig konfektionierten Solarkabel ineinander stecken und muss das Ganze an den Wechselrichter und in die Steckdose stecken. Wir haben ein schickes schwarzes Design und dazu haben wir 10 Jahre Herstellergarantie. Jetzt ist natürlich so der wichtigste Punkt und das ist auch wichtig für euch. Das müsst ihr euch selbst nochmal erlesen, wie bei euch die Sonne scheint, wie die Montageposition ist, wie effektiv das Ganze bei euch ist. Wir können mit dieser Anlage bis zu 1422 Kilowattstunden pro Jahr erzeugen. Wenn wir dann das Ganze einmal ausrechnen mit 40 Cent die Kilowattstunde, sind wir bei einem Ersparnis von 569 Euro pro Jahr. Wie gesagt, bei 40 Cent pro Kilowattstunde und deswegen hier noch der kleine Nachtrag. Was ich euch noch nicht gezeigt habe, weil es noch nicht richtig funktioniert hat, ist die Anker-App, also die Smart-Anker-App, mit der ihr das Ganze steuern könnt. Hier seht ihr, was wir derzeit an Solarstrom machen. Ist nicht mehr so viel, wir haben fast 5 Uhr, die Sonne scheint nicht mehr wirklich auf die Panels. Wir haben derzeit 41 Prozent geladen. Ich habe es gesagt, das Wetter war heute sehr, sehr bescheiden. Sehr viel Regen, viele Wolken, heute Morgen war es sehr nebelig und aktuell benutzen wir 318 Watt, um hier zum Beispiel das Licht zu betreiben und so weiter und so fort. Wir haben zwei Akkus, da können wir hier direkt draufklicken und da sehen wir hier, okay, Akku rechts hat 51 Prozent, Akku links hat 30 Prozent. Auf jeden Fall, was für euch wichtig ist, Einspeisung ins Hausnetz, das könnt ihr hier einstellen. Das heißt, wie viel Strom ihr zum Beispiel jetzt benutzt. Ich habe jetzt gesagt, okay, morgens möchte ich, dass ich einspeise. Morgens leuchtet, beziehungsweise morgens scheint sowieso noch keine Sonne, bis 7 Uhr, da leuchtet das nicht direkt auf das Solarpanel. Deswegen will ich in der Zeit meine Stand-by-Verbraucher zum Beispiel mit dem Akkustrom betreiben. Ab 7 Uhr bis 15 Uhr scheint die Sonne recht gut auf die Panels. Deswegen habe ich gesagt, okay, in dieser Zeit sollen die Akkus bis 80 Prozent geladen werden und wenn die dann 80 Prozent haben, dann geben die Strom ans Hausnetz ab. So sieht es aus, so könnt ihr das alles mit dem Handy steuern und jetzt seht ihr, es haben wir ein bisschen mehr Verbrauch, weil die Leuchten hier in meiner Schreinerei eingeschalten sind. Und das ist eine richtig feine Sache. Jetzt ist es so bei mir, ich verballere hier so dermaßen viel Strom, viel mehr Strom als jeder normale Haushalt, natürlich wegen den ganzen Maschinen, dem Büro und so weiter und so fort, dass sich das Ding auf jeden Fall bei mir rechnen wird, weil ich halt eben hier immer genug Abnehmer habe, weil ich den ganzen lieben langen Tag hier natürlich die Maschinen auch bediene. Ich habe es ja am Anfang angesprochen, bei diesem Set sind vier Solarpanels dabei. Das erste Panel haben wir ja bereits verbaut. Das heißt, jetzt habe ich ein Gestell gebaut für die restlichen drei Panels und das ist ungefähr 3,30 Meter lang, also könnt ihr euch vorstellen, wie groß das Ganze geworden ist und seid gespannt, wie wir das an der Wand montieren werden, weil das war gar nicht mal so ohne. Es ist auch hier wieder jede Menge Zuschnitt, Schleifen und Verschweißen gekommen, dass wir einfach so eine Grundstabilität schaffen können, wo das Ganze sicher drauf montiert werden kann. Hier habe ich auch die Diagonale geprüft, um zu schauen, dass das Ganze im rechten Winkel ist. Das ist einfach so der Trick, den solltet ihr euch unbedingt merken, wenn ihr einen großen Rahmen baut. Da braucht ihr keine großen Winkel, einfach mit dem Bandmaß messen, habt ihr ein gleiches Maß in der Diagonale, dann habt ihr auch einen rechten Winkel. Ich habe an diesem Gestell extra eine Lasche angebracht, damit wir das Ganze mit dem Stapler montieren können. Jetzt ist das Gestell noch nicht so schwer. Wir haben jetzt als erstes das Ganze mal angelegt und haben die ganzen Bohrpositionen markiert, aber wenn später die Panels montiert sind und das Ganze dann montiert werden muss, dann wird es schon recht schwer. Also ich schätze mal das Gestell auf ungefähr 80 Kilo und weil da natürlich auch Kursteilnehmer unterwegs sind, haben wir einige Dübel in die Wand gesetzt, damit das Ganze bombenstabil dort dran sitzt. Und nachdem alles lackiert war, konnten wir das Ganze dann einmal als Team an die Wand hängen und als es dann gehangen hat, habe ich mich einfach nur gefreut, weil das Projekt abgeschlossen ist. Es ist fast abgeschlossen, aber so die großen Arbeitsschritte halt eben getan waren und das Ganze einfach mal final montiert war. Das waren jetzt die ganzen Punkte, die habe ich mit verfilmt. Hinter der Kamera sind aber noch viele Arbeiten angefallen, die ich nicht mitgefilmt habe, weil es sonst zu groß und zu aufwendig geworden wäre. Deswegen seht ihr halt eben jetzt hier so das finale Projekt. Was ich hier noch ansprechen möchte, ist auch das Batteriefach. Ich habe ein Fach gebaut, wo diese zwei Akkus drin Platz finden und da seht ihr jetzt noch jede Menge Kabel und da will ich betonen, das ist so nicht fertig. Es sind nämlich tatsächlich noch nicht alle Solarplatten angeschlossen, weil einfach ein paar Stecker gefehlt haben, weil so wie das Ganze vorkonfektioniert ist, ich es natürlich nicht benutzen konnte. Ja, aber was ist denn das Riesen-Upgrade, was noch fehlt hier in dieser Werkstatt? Ich habe mir echt lange Gedanken gemacht, was ich hier euch sagen soll, was mir in dieser Räumlichkeit hier halt eben am besten gefällt. Ist es jetzt der Stapler? Hm, ich hätte mir auch einen Stapler zulegen können für die alte Werkstatt. Okay, da wäre sie zwar zu klein für gewesen. Ist es die Möglichkeit, dass ich mit dem Auto hier reinfahren kann? Okay, in der alten Werkstatt konnte ich irgendwie auch in die Werkstatt reinfahren. Zwar nicht gut, aber es ging irgendwie. Nein, tatsächlich ist es hier in dieser Werkstatt einfach die Raumaufteilung. Das ist ein 300 Quadratmeter großes Gebäude und hier diese Werkstatt ermöglicht es mir einfach, dass quasi mehrere Parteien möglicherweise arbeiten könnten. Hier in der Schreinerei kann ich zum Beispiel arbeiten, währenddessen jemand im Büro arbeitet und nicht gestört ist. Und währenddessen ich hier in der Schreinerei arbeite und jemand im Büro arbeitet, kann die Brikettpresse laufen und währenddessen kann auch jemand hinten zum Beispiel was schweißen, ohne dass man sich gegenseitig stört. Und das ist einfach ein Vorteil, da braucht man einfach extrem viel Platz für und gerade wenn es halt eben erforderlich ist, dass wenn ich zum Beispiel sage, okay, komm, ich mach nur was in der Schreinerei und mein Vater zum Beispiel was am Anhänger repariert, dann ist das ein Upgrade. Das ist so toll, ich kann hier ganz in Ruhe weiterarbeiten, während das mein Vater zum Beispiel, so war es mich erst vor kurzem, einen Anhänger repariert. Wir haben jetzt die ganzen Upgrades aus den vergangenen Werkstätten, die werden im Prinzip mitgenommen. Sei es jetzt hier die fest installierte Absaugeranlage, die beste Absaugeranlage ever von Absaugprofi, die jetzt auch hier fest installiert ist, wie in der ersten und in der zweiten Werkstatt. Aber dazu ist halt eben jetzt gekommen, dass man hier unabhängig an vielen Projekten arbeiten kann. Und das ist eben so eine Sache, gerade in solchen Zeiten, wie als in der Zeit ich das Projekt gebaut habe. Da ist eine Urne dazwischen gekommen, das große Solarprojekt ist dazwischen gekommen. Der Online-Shop steht hier auch drin, das erfordert einfach sehr, sehr viel Platz und das ist ein Upgrade, den ich gar nicht mehr missen kann, weil sonst würde die Firma Kontoholz gar nicht mehr so richtig funktionieren, weil es sonst zu viel Arbeitsaufkommen ist für die Räumlichkeiten, die halt eben in der alten Werkstatt vorhanden waren. Und das waren jetzt mal meine vergangenen jeweils zwei Upgrades aus den vergangenen Werkstätten. Ich bin mal sicher, dass hier wird nicht die letzte Werkstatt bleiben, also abonniert gerne den Kanal und bis zum nächsten Video, wünsche ich euch Spaß. Ciao.